Hast du gerade gesagt, graziös gestorben? Ja. Ja, aber er hatte die beste Position. Graziös gestorben. Ja, er ist so mit dem Kopf auf dem Stein und dann zwischen zwei Steinen und ja. Aha. Oh, den schaffe ich auch. Oh, den schaffe ich auch. Ich komme zurück. Jo. Oh, ähm, ja. Ich muss noch weiter an den, ähm, na, an den Dingens bauen. An den Stein, Steinwänden. Genau, so war das. Steinwändebau ich noch. Hast du vielleicht noch falsch? Ne, da sind Dodo-Eier drin. Ah, die Dodo-Eier, Dodo, äh, wir haben hier noch die, die, wir züchten ja gerade. Also, wir haben den ersten Versuch gestartet. Oh Gott. Ah, lass mich doch rein. Misch. Sie liegen doch alle da, auch Gott sei Dank. Wir hoffen. Wir hoffen, dass die, dass da ja, äh, die Hitze ausreicht für. Boah, Alten. Gibt mir doch einfach das Menü von ihm ein. Hm. Ich glaub. Woher er denn jetzt hin? Ich glaub das Eis gar nicht befruchtet. Ne. Äh, ich hab Holz und Setsch im Kino. So. Hinten da, bei der Baustelle gerne, bitte. Okay. Da. Okay, dann komm ich umgewirrt. Da baue ich jetzt alles. Oh, komm. Alles zu mampfen brauche ich jetzt erstmal so und dann die Steinwände hier hin. Oh, ich hab einen Schlitz schon fest. Weil sie. Haben sie eigentlich. Ja, eine Steinreihe hier so. Steinmauerreihe. Das wird der erste Raum und das ist da der zweite. Der ist... vier mal drei glaub... ne, fünf mal drei glaub ich. Und der andere ist drei mal drei nur. Glaub ich, ne? War doch irgendwie so. Jajaja. Also mit Sattel sieht der richtig geil aus. Also ich bediene mich mal. Er hat auch so ne tolle purpure Farbe. Ah ja, aber richtig. So, ich bediene mich wie gesagt einfach mal. Hmhmhm. Hmhm. Hmhm. Ich kann mich zwar keinen Millimeter bewegen, aber das muss ich ja auch nicht, ne. So, und jetzt gehen die Steine da aus, und geil. Deine warst du doch zuständig, ich kann nicht nichts mehr. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kannst du hier mal herkommen? Ich bin, warte, ich mach die Fackel an, dann siehst du mich besser. Achso, du bist schon wieder weg, ne? Moment, ich guck gerade nach den Eiern. Ja, ich guck gerade nach den Eiern, aber es dauert so eine Viertelstunde. Und zwar müsste der hier hin. Ich hab hier die Kisten. Ähm, und hier einfach in die beiden Kisten alles reinhauen, was du an Rohstoffen kriegen kannst. Das mach ich jetzt auch. Ich, äh, hau da einfach jetzt immer alles rein. Und bin dann immer unterwegs Steine jetzt sammeln, so. Ich bin immer auf'n Sprung. Wie geht's dem? Oh, der hat aber viel Fleisch drin. Na, da werd ich mir aber erstmal was braten. Hab ich auch schon immer. Also da ist schon was drin. Achso, ja. Nehmt euch. Nehmt euch. Wir nehmen uns wieder was. Sehr schön, danke. Super. Ups. Alles kaputt gemacht. Oh, ich hab ja noch zwei Wände. Wieso hab ich die denn nicht gesetzt? Komisch. Oh, das Boot ist ja rum. Die Frage ist, willst du hier direkt den großen Eingang haben? Hier vorne? Und willst du auch Stein oder willst du lieber Holz? Weil eigentlich reicht ja Holz oder irgendwie sowas, ne? Oh, ich glaub der größere Eingang wär besser. Ja, brauchen wir ja irgendwie, ne? Ich würde vorschlagen hierhin den Eingang. Hier ist dann das Ende vielleicht hier. Oder? Weil wenn man mit den dicken Viechern ankommt, kann man hier so reinwenden, weißt du? Oh, an der Ecke? Ja, hier. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt auf den Foundation oder sowas gesetzt werden kann. Ich guck mal grad, was brauchen wir? 140 Holz, 40 Stein und 35 Sedge und 25 Fiber. Also, ein bisschen weiter. Der Großteil sollte in den Kisten sein, mal abgesehen von Stein. Ja, ähm, dann kann ich ja schon mal hier die Steinwände setzen, die ich ja noch dabei hab. So, wunderbar. Ach, langsam wird's was, Leute. Langsam wird's was. Er hat gekackert. Oh, ist schon weg. Wow. Also, die Aussicht auf den D0 ist ja geil. Ich weiß ja nicht, was haben wir denn eigentlich hier in diesen Kisten reingeschmissen, alles? Ja, du kannst dir doch schon mal das Fleisch rausnehmen. Das kommt mir sehr entgegen, ich bin nämlich... Hm. Ich hab ein Fleisch. Dann muss ich mal mein Weckzeug reparieren. Betrampel ich natürlich erst mal auf die Eier. Aber natürlich. John, runde, runde. Ah, ich kann noch welche bauen, sehr schön. So, dann geht's wieder auf Steinjagd. Ach nee, warte, ich wollte meine Axt reparieren. Müsst ihr alles noch? Hab ich ja gelassen im Schlag. Am besten reparierst du die kurz bevor sie kaputt geht. Das ist am materialeffizientesten. Wir haben nämlich überhaupt nicht mehr so viel an Metall. Ich baue jetzt schon drei, äh, Eisen. Und die war, ähm, noch zu einem Viertel, ein Drittel oder sowas, waren die noch heil. Okay, dann kannst du sie ganz kaputt hauen, weil meine hat jetzt viel gebraucht. Und die war ganz kaputt. Kann man sie doch ganz kaputt hauen. Zehn Metall haben wir jetzt schon auch wieder gewonnen. Hast du den Mullisch gekleckt, ey, oh man. Also sechzehn Metall-Dingen, das haben wir noch. Also, Metall, wenn's geht, irgendwann mal richtig farmen, irgendwie, irgendwann. Ja, dafür bräuchte man sich das andere Viech. Hätt ich dich? Hätt ich dich. Hätt ich dich. Hätt ich dich. Hätt ich dich. Jetzt hat Angst, mit dem Triceratops irgendwie durch ne Wand durchzuballern. Kommt zu ballern. Jo... Ugghhh! Das mit einem Mutuell. Ich sag's euch. Wo bastelst du den da drin? Dann müssen sie so... So, so, so... Ja, hier hat man mal Wasserleitung. Kann ich doch nie. So, 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 jetzt geht's wieder ins Farmen. Tuck, tuck!